Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch einen kleinen Haul mit den Sachen, die ich mir in Heiligenhafen gekauft habe, als ich da war. Und da habe ich mir diese Servietten hier gekauft. Du bist mein Anker. Und die haben 2,95 Euro gekostet. Und dann habe ich mir hier noch so ein Kerzen-Deko-Gläschen gekauft. Und das hat 4,95 Euro gekostet. Und beides zusammen hat 7,90 Euro gekostet. Ja, ich finde die beiden Sachen sehr schön. Vor allem bin ich auch froh, dass ich hier noch dieses Glas gefunden habe. Und ja, das soll es tatsächlich auch schon mit diesem ganz kurzen Video für heute gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und ja, wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss! Bis dann. Tschüss!